Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Review. Heute soll es gehen um Hush, einen Film, den man sich auf Netflix anschauen kann. Ein Horrorfilm. Und somit sprechen wir mal kurz drüber. Worum geht es? Wir begegnen in diesem Film der Maddy. Sie ist eine Autorin. Sie lebt sehr abgeschieden in einem Haus am Waldrand. Sie ist von der Gesellschaft an sich isoliert, aber hat so keine großen Sorgen. Und sie ist taubstumm, sie ist gehörlos. Und eines Nachts bekommt sie Besuch. Und zwar von einem maskierten Mann, der aus irgendeinem unerfindlichen Grund in ihr Haus will und sie terrorisiert. Und zwar anständig. Da begegnen wir dann auch noch kurz ihrer Freundin, die dann auch gleich Opfer wird, dieses maskierten Mannes. Und im Grunde ist es ein klassischer Home Invasion. Thriller, Horror, Horror, Thriller. Irgendwo so in der Mitte drin. Mehr sollte man auch gar nicht sagen zu diesem Inhalt. Viel mehr sollte man Worte verlieren über die Machart. Husch zeichnet sich nämlich nicht unbedingt durch ein wahnsinnig innovatives Drehbuch aus. Der zeichnet sich wirklich in erster Linie aus durch die Art und Weise, wie der Film gemacht ist. Das ist ein Film von Mike Flanagan. Der ist generell in Hollywood, beziehungsweise, ja in Hollywood ist er sogar sehr angesehen. Also gerade unter Kritikerkreisen wirklich. Allerdings ist es beim Publikum so ein bisschen gemischt. Also komischerweise kommen seine Filme beim Publikum nicht immer ganz so gut an. Der hat zum Beispiel Oculus gemacht oder einen zweiten Witcher. Das ist so beim Publikum nicht immer so ganz greifbar, weil er einen sehr arzigen, unter Anführungszeichen, Anspruch eines Horrorfilm-Genres stellt. Also es ist jetzt nicht so, er verzichtet immer in sämtlichen seinen Filmen weitestgehend auf Jumpscares. Das ist gerade für so einen Film, eben wenn man über Home Invasion spricht, relativ ungewöhnlich, weil man braucht sich ja nur beispielsweise einmal Strangers anschauen. Dann weiß man, dass diese Genre, diese spezielle Horrorfilm-Genre schon sehr darauf abzielt, dass man zwischendurch einmal Boo macht. Das macht der Mike Flanagan in dem Film weitestgehend einmal überhaupt nicht. Der geht eher mehr auf die Atmosphäre und da kommt ihm in dem Film wirklich etwas entgegen, diese Art und Weise, wie die Hauptdarstellerin charakterisiert wird. Sie ist eben Taubstimmung. Sie wird gespielt von der Kate Siegel, das ist auch im echten Leben die Frau von Mike Flanagan. Die haben auch gemeinsam das Drehbuch geschrieben. Da gibt es eine ganz interessante Produktionsgeschichte, dass sie dieses Drehbuch geschrieben haben aufgrund der Struktur ihres Hauses daheim. Nur haben sie dann keinen Drehort gefunden, der so ganz genau so stimmt. Deswegen war da auch viel wieder zu umschreiben und so. Merkt man zwischendurch. Aber was der Film trotzdem ganz gut macht, ist die Atmosphäre aufzubauen. Hush heißt ja auf Deutsch nichts anderes wie still. Also Hush, sei still. Er arbeitet da mit Sounddesignmitteln, die sehr interessant sind. Ultraschallneuses. Es hat offensichtlich, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, anscheinend war die Ursprungsidee von Mike Flanagan im Film überhaupt geräuschlos zu machen. Also komplett ohne irgendwelchen Soundteppich, der da so drunter gelegt wird. Hat sich aber dann dagegen entschieden, weil er es sehr schwer gefunden hat, dann Spannung aufzubauen. Das muss ich an der Stelle wirklich sagen. Das ist ein interessanter Gedanke. Wüsst aber auch nicht, wie man das gescheit macht. Er geht aber, glaube ich, meiner Meinung nach einen ganz guten Mittelweg. Er schafft es wirklich, dass man auch die Art und Weise, wie sie, der Hauptdarsteller, die Maddie, ihre Umwelt wahrnimmt, das kriegt man relativ gut mit durch den Film. Der einzige wirkliche, wirkliche Schwachpunkt, den ich dem Film wirklich zusprechen muss, ist es, man kriegt an sich relativ wenig Idee, warum das überhaupt alles so passiert. Der maskierte Mann hat gerade am Anfang eben durch seine Maske eine irrsinnig bedrohliche Ausstrahlung. Nur meiner Meinung nach nimmt er sich viel zu früh ab im Film. Ich hätte noch mindestens 20, 30 Minuten länger aufgehalten an der Stelle, weil da war wirklich, also das war wirklich bedrohlich. Man hat sich da wirklich gefragt, okay, was passiert da jetzt, was will der? Und mit dem Moment, wo der eigentlich die Maske runter nimmt, ist es eigentlich schon wurscht, was der da will. Das erklärt dann der Film auch nicht unbedingt, warum das jetzt passiert oder was die zwar jetzt genau für eine Geschichte miteinander haben oder so. Seine Beweggründe bleiben komplett im Dunkeln. Das kann für ganz viele Leute ganz wunderbar funktionieren und ich habe auch viele Reviews schon gelesen zu dem Film, die genau das als Stärke des Films ausmachen. Ich gehe allerdings nur von meiner persönlichen Wahrnehmung aus, ich hätte es gerne erklärt gekriegt. Also ich möchte einfach gerne wissen, warum das so ist. Es ist natürlich ein wahnsinniger Horror, der da aufgebaut wird, weil das ist, glaube ich, die Urangst jedes Menschen, in seinen eigenen vier Wänden irgendwo überfallen zu werden und sowas durchzumachen, wie die Maddie da durchmachen muss. Und das, klar, wahrscheinlich wird das, ich kenne mich natürlich jetzt in dem Geschichten überhaupt nicht aus, aber meistens wird es dann wahrscheinlich so sein, dass das einfach so passiert. Aber da hätte ich dann doch gerne zumindest ein bisschen Charaktermotivation im Hintergrund gehabt, warum, wie, warum, warum macht jemand sowas. Und das ist tatsächlich so ein bisschen eine kleine Geschichte, wo ich dann einfach sage, hat für mich jetzt nicht hundertprozentig funktioniert, die ganze Aktion. Trotzdem muss ich sagen, Kate Siegel als Hauptdarstellerin, super. Das ist wirklich wahnsinnig stark, wie sie das macht, auch die Art und Weise, wie sie spielt. Das ist nämlich wirklich nicht ganz so einfach, wenn man sich da mal so durchdenkt. Dass man auf sämtliche akustische Reize verzichtet und sich einfach nur aufs Optische verlassen muss, ist echt ein cooles Konzept an der Stelle. Der wurde, genau wie herausgekommen ist, dann auch sehr viel mit The Quiet Place verglichen. Das kann ich nur so ein bisschen verstehen. Klar, akustisch und so, ganz klar. Nur macht der Film das auf eine ganz andere Art und Weise wie The Quiet Place. The Quiet Place ist da passiert, also da ist sehr viel, wie soll ich sagen, da geht in kürzerer Zeit viel mehr weiter. Hush ist nämlich zwischendurch wirklich eine sehr ruhige Erzählung tatsächlich. Der baut total auf seine Atmosphäre. Der baut wirklich sehr auf das, dass wir uns mit der Maddie in irgendeiner Art und Weise identifizieren und vor allem auch solidarisieren. Und da bleibt das alles, was so außerhalb vom Haus passiert, beziehungsweise alles, was so der Intruder-Aspekt in dem Film ist, der bleibt wirklich sehr dunkel, sehr im Hintergrund gehalten, weil wir im Grunde wirklich die Sicht der Maddie einnehmen sollen. Und das macht der Film auf anderer Seite wieder richtig gut. Und deswegen gebe ich ihm auch sehr gern sieb von zehn möglichen Punkten und möchte euch wirklich sagen, wenn ihr einmal ein bisschen einen experimentelleren Horrorfilm anschauen wollt, zumindest der von der Machart her ein bisschen experimenteller daherkommt, dann schaut euch Hush an. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einstieg in so typische Arthouse-Horrorfilme. Da findet, glaube ich, jeder ein bisschen was drinnen. Für mich hat der auch ganz gut funktioniert, muss ich wirklich sagen. Hush ist ein ordentlicher Streifen. Und gerade weil er eben auf Netflix zu streamen ist, ist da nichts verloren. Da braucht man einfach nur ein Netflix-Abo und kann sich einen wunderbar atmosphärischen Horror-Thriller reinziehen, wenn man denn auf sowas steht. Damit darf ich mich auch schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.